Pflege mit Herz und Verstand, angenehmes Leben und Wohnen im Alter. Das ermöglicht der ambulante Pflegedienst Vivo in Bad Brückenau. Mit den Kernkompetenzen häusliche Pflege und Versorgung, aktivierende Tagespflege sowie mit einer betreuten Seniorenwohngemeinschaft bietet Vivo ein Rundum-Sorglos-Paket für hilfsbedürftige Menschen. Die Eigenständigkeit der Klienten so lange wie möglich aufrecht zu erhalten, das ist das Ziel, dem eine aktivierende Pflege und Betreuung zugrunde liegt. Gemeinsam statt einsam. Durch zahlreiche Angebote in der Tagespflege werden die persönlichen Fähigkeiten der Gäste gestärkt, deren Eigeninitiative unterstützt und die Kommunikation in familiärer Atmosphäre gefördert. Alle Klienten finden unter der inhabergeführten Leitung von Markus Frank mit seinem engagierten Leitungs- und Pflegeteam eine fachkompetente und fürsorgliche Betreuung. Ob ambulante Pflege, Tagespflege mit Abhol- und Bringservice oder ein kostengünstiges WG-Zimmer. In allen Bereichen steht der Mensch und dessen Wohlergehen im Mittelpunkt. Vivo – für ein sorgenfreies Leben im Alter.